Filippo Taglioni war ein italienischer Tänzer, Ballettmeister und Choreograf. Leben Taglioni war der Sohn des Grottesktänzers und in Pisa wirkenden Ballettmeisters Carlo Taglioni und dessen Ehefrau Maria Petracchi. Sein Wirken erstreckt sich hauptsächlich auf Italien, Österreich, Schweden, Dänemark, Deutschland und Frankreich. Filippo debütierte 1794 als ein 7-Jähriger in Pisa, wo er zunächst in weiblichen Rollen auftrat. Ab 1799 studierte er bei Jean-Francois Coulon in Paris, wo er in Balletten von Louis Milon und Pierre Gadl tanzte. 1803 wurde er erster Tänzer und Ballettmeister in Schweden. Dort heiratete er im Jahre 1804 Sophie Carsten, eine Tochter des Opernsängers Christopher Carsten. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, Marie Taglioni und Paul Taglioni, die beide berühmte Tänzer wurden. 1805 wurde Filippo als Ballettmeister auf Lebenszeit am Kärntner Tortheater in Wien angestellt. 1821 zog Tagliones Ehefrau mit den beiden Kindern von Paris nach Wien. Enttäuscht von deren Ausbildung trainierte Filippo sie selbst ein halbes Jahr lang täglich sechs Stunden, indem er mit ihr einstufenweise Aufbauendes Training absolvierte. Ab 1822 setzte er seine Tochter in eigenen Choreografien meist als Partnerin in zahlreichen eingelegten PASD-Döhr ein. Im Juni 1824 traten die Tagliones zum letzten Mal in Wien auf. 1824 wurde Filippo in Stuttgart engagiert, wo er eine großteils aus Wiener Tänzern bestehende Compagnie Taglioni gründete. 1827 debütierte seine Tochter in Paris. Sie war dort bald so beliebt, dass Taglioni für sie und ihn selbst einen Sechsjahresvertrag aushandeln konnte. Der Erfolg bei der Premiere des Ballettes La Sülfide am 12. März 1832 machte sie zur gefragtesten Prima Ballerina und ihn zum bekanntesten Choreografen ihrer Zeit. Beide reisten und gastieren daraufhin in ganz Europa bis nach Russland. Im Alter wurde er exzentrisch und verlor durch Spekulationen einen großen Teil des Vermögens. Welches er gemeinsam mit seiner Tochter Marie verdient hatte, er starb in der Via seiner Tochter in Kumo am Kummer See. Werke 1830 Le Tio e la Bayadere 1832 La Sülfide 1832 Natalio Ulla la Tireswisse 1833 La Rivolte aus Erel 1835 Brezilia Ulla Tribut des Femmes 1836 La Fildo den Ju 1838 La Chitano 1840 L'Ombre 1841 Agle L'Eleve de l'Amour Weblink Stammtafel der Tänzerfamilie Taglioni In Konstant von Wurzbach Biografisches Lexikon des Kaiserdamms Österreich 43 Band 1881 Literature.at